recht herzlich willkommen zur 107 folge von towns ja spiel steht das würde bedeuten wir haben mir irgendwie irgendwas zu gange ist das nur so in pause könnte auch sein okay da waren wir zuletzt hier im dschungel wir haben keine bananenbäume hier stehen nur 1 2 3 die wahrscheinlich pflanze haben jetzt auch ein vierter dazu gekommen also ist ja nicht so dass wir nicht hätten also ich habe letztes mal da wohl nicht das richtige gesagt aber ist nicht schlimm ja 3 das da abzubauen dass man mal reingucken hier 69 von 78 klub letztemal war das weniger wir hatten unten hier noch so ein kerzenproblem da konnte man keine kerze hinstellen wie sieht es hier oben die beiden sind sogar schon hingekommen super dann deko kerze kerze und heute geht es auch nicht ja weiß ich auch nicht warum das nicht geht das tour ist tun machen wir einfach die aneinander drumrum weg checken wir nochmal aha der blaue rahmen war nicht zu sehen aber steht jetzt eine kerze da krass naja ok alles gut ja da haben alles abgebaut mein war hier einfach weiter einmal oder sagen wir einfach so dass alles weg hier können wir noch eine kerze hinstellen 1 2 3 4 passt dann kommen sie auch schon sind schon am arbeiten hier oben haben wir 1 2 3 4 aber von da 1 ich glaube hier muss die kerze hin ja jetzt haben wir natürlich nicht mehr ausgewählt kommt da auch eine hin ja die sind schön am ackern hier dann alles gut kommen ein tiefer wie sieht es hier aus ja da sind auch schon ein paar räume wo laufen die hin ach so die gehen da hoch alles klar ach so das ist jetzt die andere seite ne ja jetzt kohle gibt es sogar noch was zu entdecken da unten wird noch ein gröner schleim lang na gut ok hier ist alles entdeckt oder ne da fehlt auch noch was ja ok dann ist der hinten auch noch möglich sowas nicht auch wenn wir schon hier sind dann machen wir das weg dann kann man da besser durchlaufen ne so hier sind sie schon beschäftigt das leuchtet auch schön rum oh wirds grad was kaputt gemacht oder nicht hab ich nicht drauf geachtet dass hier ne leiter ist ne aber zurzeit können sie noch mal runter laufen wofür die gut ist weiß ich nicht ich glaube die ist nicht mehr da na es passiert halt ne aber runtergefallen ist der stein auch nicht denn sie können ja auch runter also muss wohl alles in ordnung sein so da weg da weg da wird alles weggebaut ok der dreht sich bestimmt nicht wieder um der blöbber so stehen ne ja aber sie können denke ich da hoch ja können sie sonst wäre da jetzt nicht weg gewesen ne ok sind beschäftigt da kommt der Kerze hin wenn wir das weg machen wollen wir ganz viel wasser hier drinnen das könnte man beides auch noch weg machen hier das kann weg und der kann auch weg oh wir sind schon hart wieder an der Grenze ne Michael kriegt schon wieder einen Schreck so hier können wir einfach mal da bis da auch alles abbauen da kommt ne da braucht keine Kerze hin da kommt auch noch eine Kerze hin die können wir dann da hinstellen ja hier sind sie kräftig am arbeiten das ist alles gut das sieht gut aus wie sieht es hier aus jetzt oh 73 noch ein paar da und dann haben wir schon fünf Punkte das macht unser Dschungel da sind auch ein paar mehr hingekommen wir haben aber glaube gar nicht alle ausgewählt ne machen wir gerade so zurück da hin Bananen da die beiden können auf jeden Fall hin und hier auch noch zwei ich weiß nicht das Trollboot dann nochmal da hin und dann können wir auch da noch was hin machen oder ja das ist äh was ist das hier ein Loch ne sonst wollen wir da mal Dschungel hin oder wollen wir da Dschungel hin vielleicht klappt das weiß ich nicht gut Kohle ist wenig ach wir könnten mal wieder reinschauen ne wie unsere Truppen hier so ausgerustet sind haben alle was haben alle was haben alle was haben alle was auch da nicht eine Brustplatte oder irgendwie sowas fehlt aber hier liegt noch einer also das ist machbar und schon weg alles klar erledigt hat's geklappt gut Essen könnte ein bisschen besser sein ne kann das sein 75 ist aber auch ein guter Wert wir brauchen nur noch 3 kommen wir grad ins Essen rein es sind keine Brote da Äpfel, Bieren sonst nix ne also muss man mehr fürs Essen tun ne Wohl sind hier welche auch zugange und brutzeln da gerade in der Küche haben gerade hier Bananenregen gemacht sind also alle glücklich und zufrieden 75 und 78 immer nach Getreide wird auch abgebaut naja hier läuft's jetzt ist die Frage ob wir hier noch einmal abernten wieder spricht ja eigentlich nix gegen ne letztens haben wir auch Bananenregen abgeerntet haben wir da eigentlich schon gesetzt weiß ich gar nicht mehr da da und Bananen da oben habe ich gesagt Bananen ja müssen wir gesagt haben sonst wären da gerade keine Bananenringe gewesen ne gut das können wir alles mitmachen ok hier ist es irgendwie noch dunkel ne könnte man das heller machen unsere Laterne dahin hängen das war irgendwie kompliziert ne oder in den Gängen Lichtlampe das wäre nicht schlecht wollen wir mal probieren ob wir das hinkriegen ich glaube wir kriegen das aber nicht hin Deko Licht Hängelampe also man kann das ja hier machen ne aber äh da fehlt ein Klotz so wie sehe ich das fehlt überall einer nicht überall aber da machen wir da eine hin und die kommt jetzt auf die Erde wetten dann müssten wir so ein Scarfold machen und gucken ob es damit geht äh wo ist der zweite mal da machen wir da einen hin erst der ist schon hingebaut und dann können wir eine Lampe aussuchen und dann Dekoration da und dann da gucken was da passiert die wird bestimmt auf der Erde gemacht ne oder aber zurzeit wird erstmal gar keiner gemacht und ich weiß jetzt auch nicht wer dafür zuständig ist wer dafür zuständig ist ah da kommt sie ja jetzt wurde sie da tatsächlich so hingehangen ist nur die Frage ob da einer vorbeikommt ne guck mal da die hängt richtig ne das bedeutet diese diese unlock äh delete und den das baue was machen wir da nochmal hin geht nicht weil die Lampe da ist weil die Lampe da ist da müssen wir die erst woanders hinten aber wir haben jetzt auch hier den Schein des Lichtes das würde ich dann sagen machen wir hier den Skarpold hin das ist jetzt gemacht oder nicht schwer zu sehen ne jetzt macht er auf jeden Fall da einen hin kommt jetzt gehen wir hoch auf zur Laterne und dann die Lampe die Lampe Dekozwecke waren da das Licht Laterne und dahin also jetzt sollte einer die da weg holen und dahin machen ok aber das das wäre so knapp ne unlock nochmal zurück und da nochmal hin und wo wir schon hier sind dann machen wir das natürlich auch richtig fertig jetzt habe ich nicht die Shift-Taste gedrückt die braucht man nämlich nur da ja jetzt sind nur die zwei die fehlen ne sonst ja passt die beiden Stücke werden aber auch gerade gebaut und noch eine Laterne dahin ich würde ja gerne mal diese gelbe nehmen ne gucken wir mal wie die aussieht ist das Licht dann auch weiß oder ist es gelblicher ja ziemlich viel Betrieb hier jetzt gerade ne was mir dazu einfällt ist dass die jetzt gerade alle ohne Rüstung da sind und alle drei gleich der erste hat schon was vielleicht schon zwei Teile und Rüstung läuft bei zwei von dreien wo der oberste ist das wüsste ich dann gerne ja da kriegt keiner Rüstung so da tut sie nix die gelbe Lampe ist nicht machbar oder was doch da kommt sie oder wo ist der her der die gelbe Lampe macht da oder die rote Kugel für die Dampe nein ne da hat sich gerade jemand ausgerüstet auf jeden Fall nochmal rote Sachen gemacht die Lampe kommt nicht wir gehen aber gerade hier rein und gucken ja einmal noch Hose und Jacke Jacke ja die gelbe geht wohl nicht oder wie ah Yellow Color fehlt uns wahrscheinlich das ist es das ist äh Yellow Color fehlt uns so die Frage wo wir das wegkriegen na warte man da nicht hm wie kommen wir an die gelbe Farbe hier nicht hier oder ne auch nicht da nicht wirklich da 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 und da und da dafür brauchen wir jetzt gelbe Blume hier aber keiner hier aber keiner hm hm das wird schwierig das ist wohl gemacht worden weil die eins ist weg da kommt die gelbe Laterne und das licht ist tatsächlich gelb und nicht weiß krass krass sieht man sehr schön hier Anlock gut ist das auch geklärt hm dann würde ich jetzt was sagen wir setzen mal noch so ein paar Gerüste hier hin damit wir da noch ein paar Lampen aufhängen können oder wenn wir schon dabei sind machen wir sie überall hin da muss jetzt natürlich so ein Teil sein dann machen wir das halt daneben auch egal aber ich will jetzt dann weiße Lampen machen äh wo sind wir hier achso Deko Laternen ja da noch ein und nur einer ne ist egal lass da weg gut und Laternen werden auch schon gemacht dann sind die Gegner auch hell dann ist auch viel schicker ja 74 von 80 schon wieder das ist doch auch super 42 Leute die können wir jetzt noch mal gerade zuteilen auf jeden Fall beim Essen einer rein damit vielleicht mehr Getreide und Erntehelfer dann auch noch jetzt haben wir hier 10 beim Essen Werkmänner 7 Erntehelfer 9 Holzfäller 7 und jetzt nehmen wir noch zum Träger gut dann haben die alle was zu tun ne Lampen kommen noch dann können wir hier schon mal ein Delip machen die brauchen wir alle nicht mehr Delete 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 Da nehmen keine mehr Da fehlen jetzt noch zwei Lampen dann geht das auch schon da kommt noch einer kann man den auch weg machen und da kommt die letzte dann hat das auch geklappt wunderbar super dann haben wir die Gänge auch hell gekriegt das ist vielleicht nicht verkehrt hier müssen wir auch noch dran arbeiten da ist noch eine Laterne dran ne da ist auch eine ist wohl ausgeleuchtet gut dann würde ich aber trotz alledem sagen soll es für die Folge erstmal reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid wenn wir hier oben in dem Gang noch Laternen aufhängen bis dann Tschüss